Nein. Das erklärt einiges. Meine Familie übergab mich der Kirche, weil ich ihrem Ruf schadete. Es war das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe Frieden gefunden... ...und eine Aufgabe. Bevor ich hierher kam, war ich die ganze Nacht unterwegs, trank und hurrte herum. Das Einzige, woran mir etwas lag, war mein eigenes Vergnügen. Warum habe ich euch bloß damals nicht getroffen? Hörsbuch. Brauche ich jetzt gerade nicht, auch wenn es verlockend ist. Nein. Verlockende Sache. Aber... ...die hat da ausgebaut. Hm, nee. Nein. Dürften das eigentlich alle gewesen sein. Ja. Das ist alles gewesen. Jetzt brauche ich... ...für den Zerah... ...für unseren... ...Prinz... ...Hawk-Anwesen. Der Fenrir hat einfach das bessere Symbol als wir. Es ist schön, euch wiederzusehen, Messiae. Das freut mich auch. Haben wir Bogen... ...71... ...Kritt-Tröpfer... ...ich nehme den mit. Ich nehme mal hier alles mit. Gut. Wupp. Wie dankbar ich euch dafür bin, dass ihr Sandal erlaubt, hier zu bleiben. Falls ihr irgendwelche Verzauberungen brauchen solltet, würde euch mein Junge mit Sicherheit gerne helfen. Ja, aber schade habt ihr keine Waren. Ich nehme einfach mal die drei und dann gehe ich einfach mal kurz raus, rein, raus, rein. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, jetzt habe ich genau die nicht mit genau... Alter. Äh. Aber gut, wir können ja mal kurz schauen. Der hat zwei, der hat zwei, der hat zwei. Das passt soweit. Hm. Die Perle, genau. Dann hätten wir das. Dann mal kurz rein. Dann mit neuen raus. Dann noch als letztes Sebastian. Ah, stimmt. Bei Meryl könnte ich noch den Stab mitnehmen. Zwei, zwei. Meryl. Das, das kann sie nicht. Das ist soweit okay. Zurück. Ich möchte ihn. Ich möchte ihn. Und er ändert es. Ah. Alter, wie dämlich bin ich? Ja gut, Meryl nehme ich nicht mit, also... Aber wenn, dann wäre es eigentlich schon sinnvoll. Sebastian. Oh, nicht schlecht. Sebastian. Sebastian. Fenris. Bethany. Aveline. dann kann ich noch den für Meryl den Sebastian habe ich gemacht Fenris habe ich gemacht Eveline habe ich gemacht Schwesterchen ist nicht mehr zur Verfügung habe ich noch irgendwas vergessen mal kurz Meryl dann war glaube es Eveline und Fenris irgendwas hatte ich noch in den Taschen die beschränkt waren Eveline Bethany Fenris Fenris kriegt das Eveline du kriegst den du kriegst ja ist was anderes da ist auch nichts ausgerüstet ausgerüstet genau das wäre halt Bethany und Bethany kann ich jetzt nicht mehr vielleicht noch ganz am Schluss das weiss ich nicht vielleicht ist sie auch für den Rest des Spiels weg genau das kann ich jetzt wieder zurück was habe ich jetzt noch zwei kann ich noch verzaubern klappt es irgendeine Waffen da war mal ich nehme den okay komm nicht ändern okay ich kann das für euch machen ja schön gut jetzt sind wir fertig anders Sebastian und jetzt können wir eins nach dem anderen abarbeiten zuerst hier in die tiefen Wege weil die sind doch ja unschön und dann kann der Prinz auch mal die tiefen Wege begutachten und sich der Herrlichkeit erfreuen mal kurz speichern man weiss ja nie ja und da kommen sie schon einmal den Todesstoß sehr schön gut dann schauen wir mal wo sie sich bis wohin sie durchgekommen sind die guten Jungs abtrünniger magier hat einfach keine zukunft und alters so seid ihr einer von Jairns Söhnen Meister Hork bitte helft mir mein Bruder Maren Ivan hat ihn zusammen mit der dunklen Brut eingeschlossen er hat die Tür verriegelt dann hat er mich hier zurückgelassen und ist diesen weg entlang gestürmt er ist verrückt geworden alles was ihn interessiert ist dieses verdammte Schwert was für ein Schwert wir haben nichts zurückgelassen als ich das letzte mal hier war wonach sucht euer Bruder Ivan nannte es den Herztrinker er sagte es sei das Meisterstück eines der alten Schmiede aus diesem Taik gewesen er hatte bei einer der Karawanen aus Orzoma ein Buch gekauft darin stand wo das schwer zu finden ist oder zumindest die Golems die es bewachen ist Ivan wirklich wahnsinnig ist euer Bruder Wahnsinnig oder einfach nur grausam er wollte uns nichts über das Schwert erzählen aber ich hätte nie gedacht dass er uns hier unten verrotten lassen würde das alles klingt immer vertraut er nicht wahr ich will nicht dass mein Bruder von diesen Monstren gefressen wird ich werde Merrin retten ich werde tun was ich kehrt zu eurem Vater zurück ich suche euch dann auf wenn ich hier fertig bin sagt uns einfach wo er ist wir kümmern uns dann darum er ist auf der anderen seite dieser wand ihr müsst eine Möglichkeit finden zu ihm zu kommen lasst es mein Vater wissen wenn ihr Neuigkeiten habt okay Stein vor der Tür und dann geht sie nicht mehr auf ne da kommen noch mal spinnis das erste mal eingewoben du bist erledigt Alter, was ist denn heute los? Würdet ihr vielleicht verdorbene Spinnen? Das habe ich jetzt nicht gedrückt. Gut. Varric ist einmal verletzt. Dann Varric. Nimm mal ein Schlückchen. Sebastian, du siehst eigentlich ganz gut aus mit den Werten. Mal kurz speichern. Damit wir nicht zu viele Kämpfe wiederholen müssen. Falls es so sein sollte. Ich dachte schon, ich sei erledigt. Diese verfluchte dunkle Brut kam einfach aus dem Nichts. Sie hätte mir beinahe den Arm abgerissen. Entschuldigt bitte. Ihr rettet mir das Leben und ich stelle mich nicht einmal vor. Mein Name ist Ivan. Schön, dass ihr noch im Leben seid. Nach allem, was Amrys mir erzählt hat, war ich mir nicht sicher, dass ich euch noch rechtzeitig finden würde. Amrys ist noch am Leben? Gut. Das ist gut. Ich bin euch dankbar, dass ihr rechtzeitig hier wart. Aber ich schätze, Amrys braucht eure Hilfe jetzt dringender. Der arme Narr glaubt immer noch, dass Meryn gerettet werden kann. Ich werde hier vermutlich nicht mehr lange brauchen. Ich komme danach und helfe euch, Meryns Leichnam zu bergen. Ihr wirkt nicht allzu aufgewühlt. Ihr habt gerade euren Bruder verloren. Warum seid ihr hier und nicht bei Amrys? Meryn ist tot. Nichts kann daran etwas ändern. Und würde ich das Opfer meines Bruders wirklich ehren, wenn ich nicht zu Ende bringe, was wir begonnen haben? Wir waren auf der Suche nach einer Zwergenwaffe. Um sicherzustellen, dass ihr auch im Besitz von Zwergen bleibt. Wie unglaublich edel von euch. Die Ahnen würden vor Stolz platzen. Es muss hier noch andere Schätze geben, die ihr verhökern könnt. Also lasst mir den meinen. Ich werde hier unten... Ihr werdet hier unten stehen. Wollt ihr mir Vorschriften machen? Ich bezweifle, dass ihr in der Position seid, um Forderungen zu stellen. Ihr wolltet das verfluchte Schwert, richtig? Deshalb seid ihr hier. Wisst ihr was? In Ordnung. Wenn ihr es bis zur Waffe schafft, gehört sie euch. Mein Leben ist mehr wert. Elender Feigling. Der Mann, der mir von dem Schwert erzählt hat, hat mir auch einen Kontrollstab für einen Golem verkauft, der es beschützt. Wenn ihr das Schwert wollt, braucht ihr den Stab. Was sagt ihr? Ihr gebt mir das, was ich bezahlt habe, plus 10% für die Schmerzen und das Leid. Übernehmt ihr die Verhandlungen, Varric? Varric wird sich mit euch schon auf einen Preis einigen. Schön, schon gut. Er gehört euch. Wendet den Stab auf den ersten Golem an. Er müsste euch helfen, an den anderen vorbeizukommen. Und jetzt ist der Docken wir jetzt nicht rein. Das finde ich doof. Golem. Wendet den Stab auf den ersten Golem an. Einmal. Dann jetzt hier hin. Wendet den Stab auf den ersten Golem an. Ich muss es zu Ende, lady. Hey, call mir jetzt. Hey, call mir jetzt. Golem. Sehr gut. Jetzt haben wir es auch geschafft und wir haben es geschafft. Aber dass man... Und schon wieder tot? Und schon wieder tot? Wir können jetzt... Wir können jetzt einfach hier gemütlich warten. gut. Dann geht es jetzt hier in die... Gucki guucki guu. Und weg ist der So einfach sind die zu besiegen Oder? Ring vergessen Ja noch Aber so wenig Wir kommen zu spät Die dunkle Brot hat die Truhe zu Vielleicht gibt es in all diesem Chaos doch noch irgendetwas zu finden Erledigt Lirium durchzogene Fassreifen Ja dann Und da kommen wir wieder zurück Gebiet verlassen Knochenberg noch Verlassen Dann können wir da Kräuterkundeaufgabe machen Nun Chorknabe Euer Thronräuber ist also 6 Meter groß Nicht einmal annähernd Nein Aber er hat Klauen statt Hände Richtig Finger Ganz normale sogar Etwas wulstig vielleicht Aber er frisst Babys Und furzt Feuer Das meint ihr hoffentlich nicht ernst Ihr könnt nicht Also tun Als wärt ihr interessant Stimmt's Ja man kann auch bescheiden sein Bescheidenheit kann auch Ganz spannend und Interessante Konstellationen geben Die man so nicht erwartet hätte So Wer greift uns hier noch aus dem Hinterhalt an Bis jetzt noch niemand Den Kurzbogen Feuchte Höhle Ja ok Was machen wir in den feuchten Höhlen Keine Ahnung Ja Spinnen natürlich Wieso frage ich mich das eigentlich Natürlich ist es Spinnenbekämpfung Aber gut Wenigstens sind dann die Spinnen weg Hm Nett Reines Lyrium Buch des Bösen Ich bin ein Flimster Uiiiuiuiuiuiui Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017